Rabattcode Wie man es schwer erkennen kann. Locken. Ich bin Team Pediküre, weil ich gehe fast nie zum Friseur. Tattoo. Ich habe kein Piercing, aber ich habe sehr viele versteckte Tattoos. Definitiv mit Butter. Gar nichts von beidem. Shooting. Ich hasse Laufsteck. Ich kann nämlich nicht so gut in hohen Schuhen laufen. Underdressed. Ich bin Team Underdressed, weil ich bin immer Underdressed und fühle mich damit eigentlich am wohlsten. Buch. Obwohl ich dann immer sehr schnell müde werde und einschlafe. Sneaker. Beides. Ich fahre zum Fliegen, fliege dann und fahre dann wieder zurück. Beide. Ja, sie existieren. Für mich behalten, aber ich glaube, man würde es bei mir schon merken, weil ich dann so ein paar Autos in meiner Garage hätte, die ich mir sonst komischerweise nicht leisten könnte. Definitiv Fahrer. Ich bin der schlechteste Beifahrer ever. Grup.